Hallo und herzlich willkommen beim weiteren Part von Let's Play Total War Attila mit den Tannokiden. Und wir sind im letzten Part dabei stehen geblieben, dass wir die Stadt Aviala befreit haben und somit den Stadt Afrika wiederbelebt haben. Und dass die Nubaden einen unserer Armeen verjagt haben, welche nicht gerade sehr hohe Gewinnchancen gegen die Gegner gehabt hätte. Und das Wichtigste aus dem letzten Part, wir haben endlich die Geburt Attilas. Mit anderen Worten, bald wird der Hundenkönig schon durch Europa streifen und dort alles pündern. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir hier erstmal an, indem wir ein paar Schockkavalleristen rekrutieren, würde ich sagen. Aber wir rekrutieren nur zwei und holen uns noch einen Spätträger der Wüstetruppe. Ansonsten haben wir dadurch, dass eine neue Epoche angebrochen ist, auch mehr Geld. Das heißt, wir könnten nächste Runde hier das Gebäude verbessern, um endlich diesen Steuersatz wegzubekommen. Und hier hauen wir mal ein paar Upgrades rein. Die mag doch jeder, sieht doch gut aus. Wir gucken mal, was ihr hier als Gegner habt. Ansonsten geht ich hier mal weiter. Hier links ist die nächste Stadt, das gehört den Garamaten. Die könnte ich eigentlich als Verbündete gewinnen. Die möchte ich jetzt ungern angreifen. Dann bewege ich erstmal meine Armee hier rüber. Und ich würde sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir uns demnächst in Afrika ansiedeln. Wir können die ja neu ausbilden, das habe ich ja ganz vergessen. Ich bin eigentlich noch dagegen, aber ich mache es jetzt. Ich werde nun endlich auf die Elite-Einheiten upgraden. Ob ich das noch freuen werde, werden wir sehen. Aber ich würde sagen, wir brauchen hier noch ein paar Trupps. Gut, und noch haben wir keinen Krieg mit den Weströmern. Gucken wir uns mal die Armee an. Oh, relativ starke Garnisons-Armee. Da hast du direkt schon mal keine Chance. Stell dich schon mal in die Nähe. Schlag erstmal dein Lager auf. Wir sehen, wir kriegen 800 zur Zeit. Ja, es werden bald neue Gebäude verletzt. Dann können wir weitere Sperrträger der Wüste rekrutieren. Und bald schon sollten wir hier verbessere Kavadressen bauen können. Und hier haben wir uns, glaube ich, auch in... Nächsten werden wir ja genau um die Plänkler gekümmert. Die wollten wir auch in beiden Armeen eigentlich mal rekrutieren. Denn ich würde schon gerne ein paar Plänkler und Laura in meiner Armee haben. Dann würde ich halt ein paar Bogenschützen rausschmeißen. Und die Rebellionsmilizen kommen endlich raus. Gut. Ich würde sagen, hier passt bei der Runde alles. Beenden wir sie mal. Damit hier mal alles passt. Wir haben 7000 Denare übrig. Das ist doch schon mal ein schöner Batzen. Ein schöner Batzen Geld, den wir da haben. Und die Pforte des Westrums ist auf jeden Fall frei. Die Weströmer haben ja noch genug zu tun mit den ganzen Barbaren, die in die Reiche dringen. Dicht gefolgt von den Hunnen. Was machen die Weströmer? Die greifen natürlich eine meiner Armeen an, oder? Das wäre ein bisschen frech. Ne, das tun sie nicht. Tun sie auf jeden Fall nicht. Ansonsten wäre das echt mal spannend, wissen, dass... Geschichtliche war es ja... Oh, die haben jetzt die Stadt erobert, die Nomaden. Geschichtlich war es ja so, dass die Vandalen sich im afrikanischen Bereich Westrums angesiedelt haben. Die Westgoten halt im spanischen und südafrikanischen Bereich. Und die Ostgoten haben sich Italien geschnappt. Ich würde mal sagen, wir vertreiben diese drei Nationen. Und gucken mal, weil einer der Zuschauer hat danach gefragt... Was sind unsere Ziele? Welche Provinzen sollten wir laut Spiel eigentlich erobern? Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem kleinsten Sieg an. Laut Spiel sollen wir Syria erobern. Palästina und Ägyptus. Aber wir müssen es nicht direkt kontrollieren. Wir können es auch als Marionettenstaat haben oder Militärbündnis. Die hier haben wir ja... Ägypten haben wir als Marionettenstaat. Ähm, und... Oh, die drüben... Da drüben die Städte, das wäre echt schwierig. Ob ich das mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Aber ich denke, wir können uns hier erstmal um die Fertigstellung des Gebäudes kümmern. Ansonsten ist hier jetzt eine große Armee dran. Meine Armee wäre an sich auch fertig. Die andere ist abgehauen. Dann könnte ich es schaffen, gegen die zu gewinnen. Okay, Leute. Wir sehen direkt eine große Schlacht. Wir sind 300 Männer unterlegen. Aber ich würde sagen, wir speichern noch einmal durch. Denn wir spielen Totobor. Also ist inzwischen speichern eine Pflicht, wenn wir eine Schlacht anfangen. Auf jeden Fall. Und wir zeigen denen mal, dass reine Spätträger der Wüstenarmee nicht funktionieren gegen die Tanukinen. Und dabei haben wir noch nicht mal unsere volle Stärke entwickelt. Ich habe noch gar nicht viele Lowerer, etc. Wenn ich die habe, dann sind solche Spätträger der Wüstenarmee komplett aufgeschmissen gegen mich. Denn da renne ich einfach nur in den Rückenrein mit meinen Lowerern und sie werden alle fallen wie die Fliegen. Gut, hier haben wir auch schon die... Ah, mir ist alles kaputt. Okay. Das heißt, ich brauche mich gar nicht um gegnerische Türpen zu kümmern. Klappen wir dich mal ein und stellen die Armee. Grundlegend auf. Ja, das weiß ich doch. So, Piken stellen wir auf. Mit Milizen. Genau, dann stellen wir Sperre da auf. Euch da. Ihr stellt euch hier auf. Dann kommt ihr auf die Flanke. Mit Superschuss. Katapult kann... Feuert bitte auf Befehl, während der Jen auch mal hier abwartet. Gut, dann tun wir euch auf die Flanke. Denn da sind noch die Plänkler und die Lowerer. Ja, perfekt. Die Lowerer sind rechts. Und das, was ich noch übrig habe an Kaff, kommt auf die rechte Flanke. Den Gentelchen noch ein bisschen rüber, dass er da auch einfach auch supporten kann. Schlacht beginnt. Wir sind auf jeden Fall bereit. Er kloppt auf sein Schild. Wie groß ist die Reichweite? Okay. Zeig den Nobaten, was es heißt, den Römern zu helfen. Feuer frei. Im Namen Mavias. Los! Ha ha ha. Schöner Treffer. Auf der nächsten Truppe. Der Feind nähert sich. Ja, der Feind nähert sich. Der Sound nähert sich auch von der Lautstärke. Fällt mir gerade auf. Aber ist jetzt egal, falls er immer so laut ist. Wow. Was macht er da? Gefällt mir gar nicht. Oh, mir fällt auf, ich habe gar keine Schock-Kavalleristen auf der Flanke, ne? Ich habe gar keine Schock-Kavalleristen auf der Flanke. Die habe ich echt nicht gut aufgeteilt. Na, geh mal nicht so weit rüber hier mit deinen Sperrträgern. Worauf schießt du auf den Trupp? Schieß mal da rauf. Perfekt. Die Geldmachischen Steinschreiter werden schon beschossen. Eindruck Feuerfeiler, bitte. Okay. Schock-Kav, rein. Du auch. Und wir geben vorhin noch Sturmangriff. Da läuft er weg. Ne, komm. Erstmal ein bisschen zurückziehen, ja? Er marschiert nach vorne. Macht euch bereit für den Kampf. Klänkler. Zum Töten bereit machen. Ihr rett bitte über die Flanke. Nein! Ich wollte auf automatisch. Och, ne. Kostet mich das jetzt auch... Erschöpfung. Verdammt, ey. Wie... Ne, schieß mir hier auf die Sperre. Feuer frei. Haha, Feuer frei. Nein. Okay, ich erschieße mittlerweile meine eigene Männer. Laufen. So, eine Armee stellt sich auf. Es juckt mich aber nicht. Wie erschöpft seid ihr? Ja, seid nur müde. Okay, dann geht mal bitte. Oh nein, oh nein. So wollte ich den nicht bewegen. Äh, ihr könnt mal hier in die Formation gehen. Ihr könnt mal leise... Oder leise, ähm... Langsam nach vorne marschieren. Wir spielen hier das Eingreifsspiel, habe ich gehört. So schießt mal die Schützen rein. Und ihr spielt das, dass ich Renereien spiele. Er zieht Einheiten durch. Schießt sie ab. Na, er spielt das Eingreifsspiel auf die harte Variante. Ah, die sind ja frei, habe ich gerade gesehen. Ähm, du hast erstmal keinen Schlussbefehl mehr. Nein, nein, nicht du. Der Feind greift unseren General an. Okay, Mike, Moment, Schmidt-mäßig rastet sich gerade komplett aus. Ich spüre Ruhe zu euren Diensten. Ab mit der Geschwindigkeit. Die folgenden Fälle in meinem Herzen. Lübberler! Wir sind zu und zu. Wir erwarten unsere Hörer und unsere Schäden. Der Feind will seine Niederlage nicht zugeben. Ihre Einheit hat sich gesammelt. Zu euren Diensten. Wir werden uns nicht mehr verlieren. Wir werden uns nicht mehr verlieren. Wir werden uns nicht mehr verlieren. Wir sollen zu euren Diensten. Der Feind verliert zusehends seinen Vorteil. Welchen Vorteil hatte der Feind hier, wenn ich fragen darf? Welchen Vorteil hattest du denn hier, wenn ich fragen darf? Welchen Vorteil habe ich dir gelassen, hm? Na komm, den Charge gucken wir uns schön an hier. Los, meine Lauerer! Ha! Das sind einfach so starke Nahkämpfer. Ich glaube, die können eigentlich nicht verlieren im Nahkampf. Der Rüstungsnachteil wird sofort ausgeglichen, indem wir in den Kampf gehen. Bam! Haut's rum, ey. Wir haben echt keine Chance, die Scheiße, ja. Armee ist bereit. Stört euch auf. Oh. Ähm. Welcher Trupp ist bereit? Plünderer? Vorbei. Ein Schuss kannst du abgeben, danach sofort wieder aufhören. Ne, dann lass es komplett, wenn du nicht noch formieren musst. Ähm. Schicken wir mal zwei Trupps hier rein. Plünderer und Kamelass. Schocker lassen. Perfekt. Los, meine Kamelreiter. Ihr macht den Pferden hier. Schöne Angst. Zack. Okay. Renn mal durch auf die Schützen. Was ist denn hier noch am Leben, wenn ich fragen darf? Ne. Bitte nicht. Ihr erleidet noch zu starke Verluste. Perfekt. Ihr seid auch da. Ähm. Gönnt euch. Gönnt euch. Ha. Ihr dummen Nobaden. Ihr habt keine Chance gegen meine Armeen. Gegen meine tanukitischen Armeen hat einfach niemand eine Chance. Mein Charge von der Kavallery ist einfach viel zu stark. Und dabei habe ich meine volle Stärke nicht mehr erlangt bis jetzt. Oh, guck mal, sie wollen zurückkommen. Plankler macht ein Ende. Feuer frei. Zack. Fliegen die Sperre. Attacke. Bogenschützen. Passt auf, dass ihr nicht da reinschießt. Äh. Darf ich jetzt fragen, was noch lebt? Der Trupp da hinten, oder was? Gewonnen. Juhu. Och, Mann. Hast du einfach alle deine Männer verloren? Boah. Ich glaube, ich habe die meisten selber erschossen. Du hast nichts gerissen hier. Die meisten meiner Verluste sind einfach durch mich selber eingetreten. Aber das ist okay. Ha. Jeder Trupp hat Kills und man selbst die Rebellionsmilizen haben teilweise, welche noch töten können. Perfekt. Boah, ich verliere Geld momentan. Ist ja gar nicht gut. Ich habe zu viele Truppen rekrutiert. Ähm. Hier gibt es ja gar nichts zu holen. Hier gibt es ja gar nichts zu holen. Na gut, da werden wir wohl in dein Reich reinrennen müssen. Oh, warte. Ich schaffe es nicht aus dem Einflussgebiet der Stadt raus. Dann stellen wir uns direkt daneben. Greifen die Stadt der nächsten Runde nochmal an. So. Wie sieht es denn hier aus? Ähm. Die brennen in Sande können... Na. Ne, ich brauche nicht mehr Hilfe. Ich brauche nicht mehr Hilfe. Die, meine Verbündeten lieben mich. Aber... Ostrum tritt bei. Die sind doch schon im Krieg. Das bringt dir, glaube ich, gar nichts. Tada. So, die Schlacht selber führen? Ja, komm. Führen wir eine Schlacht selber hier. Die erste Schlacht gegen die Weströmer. Nummer eins. So. Ähm. Würde ich sagen. Legen wir gleich mal los. Es ist trocken. Perfekt. Es ist trocken. Gut. Stellen wir unsere Männer auf. Denn die Armee hat keine... Oh nein. Nicht Nummerierung. Eine Frage. Von denen die Artiller spielen. Ich spiele dieses Spiel zwar gerne. Und ich glaube, ich bin noch... Ich bin noch schon relativ gut dran. Aber ich... Ich checke diese eine Sache nicht. Wenn ich jetzt nummeriere, bleiben die der Formation. Dann kann ich die nicht mehr anders machen. Nicht mehr dünner, nicht mehr breiter, gar nichts mehr. Kann mir jemand sagen, wie ich das wegmache? Ich weiß echt nicht, wie das geht. Ich bin ein bisschen überfordert. Ach, ich habe sie schon wieder nummeriert. So. Dann schelle ich mal meine Männer auf. Ähm. Kavallaristen möchte ich gerne... Die über die Flanke ziehen. Perfekt. Ihr könnt euch mal hier hinten aufstellen. So. Was habe ich denn hier noch übrig? Okay, euch. Und den Jen. Warte, ihr geht erstmal alle da hin. Jen halte ich hier zurück. Wie viele Kavallaristen einfach haben. Okay, Feuer frei auf den Turm. Und da sind seine Schiffe. Das sind aber Schützenschiffe. Also positioniere ich mich erstmal weiter weg. Die Schockavallaristen geht mal da hin. Und dann kommt er auch nicht raus. Feuer frei. Zeig den Römern, wo der Hammer hängt. Verbündete Banner. Unsere Verstärkung trifft ein. Verbündete Banner. Kommt her, meine verbündeten Banner. Oh nein, nein, nein. Geh an Land, du kleiner Feigling hier. Oh, du möchtest dich mit meiner Schockavallingen? Du möchtest dich mit meiner Schockavallingen? Oh, der hat nochmal schön ein Geschoss reingeworfen. Aber das war's, glaube ich, jetzt. Oh nein, nicht schießen. Ähm... Du gehst mal raus. Okay, perfekt. Dann können wir uns durch die Schockavall... Seine Männer wollen einfach nicht an Land gehen. Gehen sie jetzt mal an Land. Perfekt. Auf Wiedersehen. Gegner auch schon... Gegner auch schon schützen. Okay, ihr schaut schon mal in den Rücken der Seesoldaten. Und ihr kümmert euch hier in den Kampf. Mann, Jen ist auch gleich schon da, keine Sorge. Okay. Jetzt heißt es, aggressiv nach vorne gehen. Hä? Gehen wir nach vorne. Kavallerei bereit. Oh, wie weit kann es den Taub schießen bis da? Wow. Ne. Ne, ne, ne. Habe ich gerade einen kleinen Fehler gemacht. Da versuchen, Schützen zu entkommen. Schnappt sie euch alle drauf. Äh, du auch? Warte, du hilfst mal damit, damit so wenig wie möglich ihr noch ordentlich durchkommt. Was macht ihr denn hier? Ihr Sperrchen kommt... Oh. Äh, bäh. Ihr Sperrchen kommt, um die Reste aufzuräumen, glaube ich. Und diese Schiffe haben jetzt schon keine Lust mehr. Männer abgesetzt. Los, fliehen. Ansonsten klappt das hier mit dem Feuer doch ganz gut. Äh, warte, ihr darf wieder automatisch feiern? Ach, macht ihr sowieso schon? Na. Ihr frechen Jungs. Ah, nur die beiden Tropfen nicht. Okay. Perfekt, die Stadt brennt. Ähm, ihr stellt euch mal hier auf. Los, los, los. Na komm, wir wollen hier noch nicht jetzt schützen, weil mein Schleuderer der Wüste wollen etwas zum Feiern haben. Oh, wir werden beschossen. Die Wagen ist eiskalt zurückzuschießen. Naja, ich bin ein bisschen überlegen. Boah, die sind ja schon da, die Sperre. Ich dachte, die werden länger brauchen. Deswegen habe ich die so komisch aufgestellt. Okay, dann stelle ich sie auf. Macht euch bereit. Ihr werdet die Linie umchargen. Ansonsten rennt ihr mal nach. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Ihr habt die Angersbefehle schon. Perfekt. Ja, meinetwegen rennt er noch mit rein. Ihr könnt mal hier rein rein in die Sperre. Ihr müsst aber vorher abgefangen werden. Dreht euch um. Ja, ja, sie haben sich letztes Mal bei euch noch umgedreht. Perfekt. Wo ist mein? Wo ist mein? Ja, komm. Als ob man das, wenn man das einen Angriff nennen kann. So, das. Zack, zack. Schützen haben keine Berechtigung mehr zum Feuern. Meine Sperre wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Na, jagt sie. Dann schießen doch die Termine auf mich. Tada. Der Tag gehört euch. Der Tag gehört mir. So sprachst du richtig. Ich glaube, die meisten Kills haben immer noch seine Seeschützen gemacht, dadurch, dass die im Abfall auf meine Kavalerie geschossen haben. Meine Katapulte haben gar nicht gut abgerissen, sehe ich gerade. Finde ich ein bisschen schade. Die haben doch richtig schon reingefeuert, eine ganze Zeit lang. Schade, schade. Feind im Kampf getötet. Oh, da war da ein Stadthelter drin, oder was? Oh, schön Geld. So, perfekt. Ich erwarte eure... Oh Gott, ich hasse das, will ich aus Versehen auf das Hafenzeichen drücken, um per se anzugreifen. Das gefällt mir echt nicht. Leptes Magna. Oh, eine Großstadt. Eine Großstadt. Aber nicht in meinem Einflussradius. So, du kannst... Du stellst dich wieder in die Stadt ran. Musst du in die nächste Runde nochmal angreifen. Ansonsten würde ich die letzten beiden Plätze gerne hier für die Lauerer bereit halten, welche ich jetzt gerne ausrüsten möchte. Na, hier war das. Okay, wir müssen noch eine Runde warten. Wir haben aber ein starkes Hordenwachstum, dadurch, dass wir echt stark am Plündern sind hier. Was könnt ihr denn machen? Wart ihr nicht zuständig für die Spione, wenn... Oh Gott, ich weiß es nicht. Kenn ich hier jetzt schon Spione? Nee. Ja, dann können wir durch einfach um Spione. Es schadet doch nicht, wenn wir einen mehr haben. Gut. Wir kriegen zwar noch Minusgeld, aber bald wird sich das geändert haben. Da bräuchten wir Moral gegen... Was anderes. Genau. In eigenem oder Verbündeten? Nee. Das bräuchte ich eben nicht. Äh, zurück. Danke. Rekrutierungskosten für außenländische Herbanne, denn dann können wir Einheitenrang für Infanterie haben. Perfekt. Perfekt. Boah, das geht alles hier so schön von der Hand. Ich glaube, am meisten kosten diese Speerträger einfach 172. Aber den Trupp kann ich echt mal auflösen. So viele Schützen brauche ich nicht. Teuren Dienst, denn... Ja, du kannst die... Ah, bei dem sind die Speerträger noch viel teurer, weil der ja General nicht solche guten Fähigkeiten hat. Was generell hier ein bisschen schade ist, ist, dass die derzeitige Kontrolle bei 0% liegt. Jap, jap, jap. Ich würde gerne diesen Charakter adoptieren. Ich muss ihn adoptieren. Weil er verdammt viel Einfluss hat. Und wenn er auf meiner Seite steht, habe ich es schon mal einfacher. Okay. Na, da kann es keiner mehr richtig bewerben. Ist dann halt so. Boah, hier können wir nochmal alles abgucken. Hier immer noch der schöne Bug. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, beenden wir die Runde hier mal. Wir haben hier schon mal schön geplündert. Ist doch richtig angenehm hier. Ansonsten zeichnet hier sich eigentlich schon ein sehr einfaches Muster ab. Wir rennen hier einfach die Küste entlang. Warten auf unsere dritte Armee. Die Flechen und die Nomadenfeuer besiegen mit den Ägyptern zusammen. Damit die Ägypter eine große Macht werden. Das würde ich doch sehr feiern. Und wenn die Ägypter groß werden würden. So eine starke Macht im Osten, die mir hilft. Und auch eigentlich die gleichen Einheiten hat wie ein Oströmer. Denn die Rebellen haben eigentlich immer die gleichen Einheiten wie der Römer, aus dem sie entstanden sind. Es sorgt auf jeden Fall für eine sichere Basis. Ich hoffe einfach mal, dass die Ägypter, wenn sie jetzt dran sind, die Stadt erobern. Ich möchte die noch gar nicht haben. Ägyptern. Ob der sie erobert? Ich glaube aber nicht. Sonst hätte ich ja gesehen, dass sie ihre Truppen bewegt haben. Wenn ich mich da nicht ganz täusche. Wie viele Nationen es einfach gibt, die bereits entstanden sind aus den ganzen Rebellen. Oder befreiten Königlichen. Äh, politischer Nutzen. Dieser machtrurige Mann hat sich ohne eure Zustimmung zu einem Amt aufstellen lassen. Er mag der Aufgabe zwar gewachsen sein, aber ihr könnt es euch leisten, seinen Ehrgez, die Macht eurer Familie gefährden zu lassen. Kontrolle habe ich doch sowieso 0%. Ne, komm. Ich verbete es ihm. Wie ist das mit dem Adoptieren? Läuft das noch? Hat er... Hat das... Ne, es hat nicht geklappt. Er ist noch nicht hier. Du sollst mal Babys machen hier. Wie sieht das aus mit der Adoption? Hm. Dazu kommt wohl noch nichts. Religiöse Veränderungen. Die Garamanten sind lateinische Christen geworden. Waren vorher kleinere Religionen. Ja, gut, dass euch die Christen angeschlossen habt. Aber ihr seid noch das falsche Christentum. So. Und holt, zuck. Attacke. Oh, eine Großstadt, eine Großstadt. Erstmal verteidigen. Ach, verteidigen. Belagern hier. Wir wollen die Stadt angreifen. Los. Ob wir die Schlacht selber machen können mit einem Katapulten, würde ich das eher nicht machen wollen. Wir gehen aber aggressiv vor. Und das war's mit dir. 164, Mann. Oh, Kavalaristen. Warum, warum sterben immer Kavalaristen bei so einer Sache? Ihr müsst euch auf jeden Fall ausruhen. Gut. Ausruhen. Du noch mal plündern. Schadet doch nicht. So. Und dann zerstören, bitte. Ich mag keine Großstädte. Das heißt, die kommen weg. So. Perfekt. Ansonsten können wir hier Einheitenrang für alle Rekruten machen und hier Vorschussrat. Ich wäre eher für Einheitenrang, aber erst mal... Na, kein Geld. Ich verliere auch noch Geld zur Zeit. Ihr seid zu nah beieinander. Könnt ihr euch noch irgendwie bewegen? Ähm, dann geht bitte einfach weg. Hier könnt ihr diese Stadt eigentlich nächste Runde nochmal plündern. Versucht mal... Wir müssen jetzt echt mal wieder hier Abstand halten zwischen den einzelnen... Man kann schon meinen Karawanen, sonst kann ich mir das mit dem Unterhalt nicht leisten. Es gibt schon manche Einheiten in Attila, die verdammt teuer sind, muss man sagen. Dann rauben wir nochmal aus. Kostenloses Geld. Wo ist die nächste Stadt eigentlich? Hier ist eine römische Stadt und das ist die Hauptstadt der Nomaden, würde ich sagen. Rücken wir hier noch etwas weiter vor. Denn etwas ist gut. So. Ja, ich müsste es so durchmarschieren. Du musst hier noch ein bisschen Asche machen. Aber ich muss... Ich habe leider keinen Agenten, um halt zu sehen, was er da macht. Deswegen muss ich auch ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber nur die Rebellionsmedizien sind eigentlich nicht bevoll. Die anderen Trupps sind fast alle fertig, wenn überhaupt... Sie überhaupt noch Männer bräuchten. Ansonsten passt das doch alles. Bogenschützen will ich nicht verbessern. Waffen der Stufe 1 reichen bei denen vollkommen aus. Wie weit dürftest du dich denn noch bewegen? Oh, richtig weit. Richtig weit. Gut, da unten sind die Garamanten. Die möchte ich nicht unbedingt angreifen. Aber die kümmere ich mich später. Ich möchte erstmal die Römer weiter zerschlagen. Dann rennst du mal weiter. Dann habt ihr das mit dem Abstand. Und dann kriege ich nächste Runde hoffentlich mal wieder Plus. Dann werden beide Horden minus 15% machen. Und diese Horde hat auch noch zu wenig Nahrung. Aber wie sollte er jetzt wieder Nahrung haben, die Horde an sich? Warte, das kann man doch irgendwie ganz gut nachgucken. Hier, Nahrung minus 20. Rivalität und Gebäude. Ja, du musst mal eine Stadt an sich plündern. Dann werden wir einfach nächste Runde... Dann müssen wir einfach die Stadt angreifen. Ich hoffe, die schaffen das auch selber. Dadurch, dass die Stadt geplündert ist, kann ich sie eigentlich auch so angreifen. Das kriegen meine Männer hin. Ja. Dann werde ich nächste Runde die Schlacht selber führen. Ansonsten, die Ägypter breiten sich ja gut aus, obwohl sie die Stadt halt nicht zurückerobern. Was ich etwas schade finde. Ansonsten muss ich jetzt dafür sorgen, dass die Rivalität beendet wird, dadurch, dass sie so nah beieinander sind. Und zusätzlich halt, dass die eine Nation hier... Also... Ach, Nation, was glaube ich hier? Der eine... Karawanenzug, könnte man sagen. Die eine Armee. Auf jeden Fall, ähm... Keine Nahrungsprobleme mehr hat. Aber insgesamt klappt das zwar mit der Nahrung. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ihr wagt es, mich anzugreifen. Mit totaler Überlegenheit. Ihr wagt es. Ihr wagt es... Ja, okay, das gibt es aufs Maul. Ihr wolltet es so, das gibt es jetzt aufs Maul. Ich laufe nicht weg vor euch. Ihr wollt den Kampf, ihr kriegt den Kampf. Meine Armee ist bereit, euch über den Tisch zu ziehen. Seid ihr auch bereit, über den Tisch gezogen zu werden? Das werden wir jetzt sehen. Okay, Männer, macht euch bereit. Das wird ein Tag voller Ruhm und Ehre. Es gibt ein paar Leute, die mocken auf. Die wollen einfach nur Schläge. Und diese Leute, die Schläge wollen, die können es einfach nicht besser. Die rennen einfach nur mit Sperren auf uns zu. Mit ganz vielen Sperreinheiten. Was lernen wir daraus? Das ist blöd. Aber da wir sowieso ein Plänke-Volk sind, brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Ich mach die Strategie mal so, dass nicht die Pieken... Wobei doch, die Pieken stehen mal in der Mitte. Worm 1... Ach, Worm 2 kann man die nur mit linker Maustaste gedrückt halten bewegen. Aber hier muss man echt noch alt gedrückt halten. Zack. Na, zu weit weg. So, haben wir noch eine breite Armee. Brabellions-Maliten auf den Flanken müssen nur durchhalten. Mehr nicht. Ähm, meine Kavallerie kommt da sowieso früh genug. Außerdem sind es die Charge-Apfänger für meine Flankeneinheiten. Denn die hab ich doch auch noch hier. Meine Badia-Männer. Und die Tonokitischen Laura. Duok ist mit denen. Wobei, dann hab ich hier wieder gar keine Schubkraft. Dann machen wir es so. Zack. Warte mal, hab ich grad einen Trupp von hinten gezogen? Nein. Okay. Zack. Ich stell mich ansonsten etwas weit auf der Flanke auf. Dann zieh ich mal meine ganze Armee ein bisschen noch rüber. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Okay. Und er kommt natürlich auf mich zu. Denn ich bin hier derjenige mit den Verteidigungsgeräten. Das heißt, komm her. Laufe in den Tod, welchen du dir selber erarbeitet hast. Und los geht's. Deine Kavallarissen sind bereit. Ihr müsst den Charge-Up fangen, meine schönen Rebellions-Milizen. Mehr für uns. Perfekt. Meine Männer sind motiviert. Wir wollen den Kavallar. Und da gab es ein kleines Headset-Problem. Aber ich bin wieder da. Gut. Seine Kavallerie hat sich hier reingetraut, glaube ich. Gucken wir uns gleich mal an. Hallo, Kavallerie. Wir haben Ihre Täuschung aufgedeckt. Versteckte Truppen. Okay. Er wagt es anzugreifen. Vorsicht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Der geht einfach mit der ganzen Armee rüber. Ist das gerade nicht sein Ernst, oder? Tut er diesen scheiß Kavallarissen-Truppen. Ne. Tötet ihn. Tötet ihn. Okay. Jetzt bist du dran mit deinem Job. Weiter. Einfach Sticker aufstellen. Perfekt. Weiterlaufen. Los, los, los. Was willst du machen? Nennt man das etwa die Sandwich-Methode? Ist es das, was du haben wolltest? Oh, ich habe den Charge-Gang nicht aktiviert. Nein. Ey, wie wäre es, wenn ihr rennt? Perfekt. Schießt sie weiter ab. Schießt sie ab. Ihr habt Sperre. Ihr habt Sperre. Das sind Söldner der Plünderer. Verdammt, ey. Die sind gar nicht so schlecht. Die benutze ich selber. Jetzt macht sie endlich fertig. Okay. Eigenkreisen beginnt. Schießt auf sie. Sie wollen die Piken schargen. No. So, ihr General ist tot. Ab in den Rücken. Lauft. Wenn mein General stirbt, dann war es das mit der Schlacht. Rein da. Beschäftige sie. Du rennst da rein. Euch können nicht viel Spaß. Du kannst mal hier rein. Stehen die? Die gehören mir. Rein da. Jetzt wird getötet. Du hast erstmal genug zu tun. Du hast genug gemacht. Komm, reibt sie auf. Reibt sie auf. Los. Jagt sie. Sie wollten den Krieg mit uns. Sie haben es gewagt, gegen uns zu rebellieren. Sie haben gesagt, sie können uns besiegen. Die Tannokiden. Habt ihr von dieser Frechheit gehört? Habt ihr sie gehört? Diese Frechheit? Nein, ihr sollt doch nicht schießen, oder? Guck mal. Da sind sie im Kampf. Oh, das sind nur Rebellionsmedizin. Ihr sollt laufen. Hallo. Ich möchte von euch noch gerne etwas haben. So, da kommt seine Armee. Deswegen brauche ich meine Sperre immer wieder. So, auf die Flanke. Du. Gehst mal da hin. So, dann habe ich hier wieder Kavallerie. Na, du hast genug gekämpft für diese Schlacht. Okay, bewege eure Ärsche. Nein. Ihr wieder auf die Flanke. Etwas weiter nach hinten, bitte. Danke. Kavallionsmedizin rein. Ich glaube, die wollen aufmucken. Badia Plankler. Zeigt ihr, was ein Pfeilhager ist. Badia Plankler. Badia Plankler, los. Badia Plankler. Zeigt ihnen, was weglaufen heißt. Oh, die sind erschöpft. Ah, okay. Wenn ich erschöpft wäre, könnte ich auch nicht mehr so schnell laufen. Wenn ich es gerne hätte. Oh. Die Truppe ist schön am Wanken da hinten. Okay. Viel Spaß. Ja, ist mir egal. Ähm, wie machen wir es? Oh, nee, das sind Speerträger. Also, viel Spaß beim Chargen. Oh, ich habe gar keinen Angriffsbefehler gesetzt. Nee, gut. Viel Spaß beim Chargen. So. Ihr seid bereit. Ihr geht... Nee. Dafür habt ihr keine Zeit mehr. Ihr kommt da hin. Ihr geht da rein. Ihr geht da rein. Zack, du machst dich da bereit. Du jagst die Leute. Okay, perfekt. Du gehst da hin. Du läufst weiter weg. Du trickst ihn aus, während ihr da reingeht. Dann geht ihr da lang. Du da lang. Du da lang. Zu viele Befehle. Ihr habt nichts mit zu tun. Dankeschön. Stell dich auf. War es ein Sperrträger? Du hast aufs Maul bekommen? Nein, eine Frechheit. Okay, viel Spaß am Chargen. Er bewegt sich auf mich zu. Er chargt meine Charger. Er denkt echt, er könnte es reißen. Perfekt. Du kannst gerne nochmal drücken, aber ich glaube, da ist eh nicht mehr viel zu wollen. Perfekt. Haha. Ach, was denkst du eigentlich, wer du warst? Guter General. Denkst du wirklich... Ach, du bist ja sowieso direkt am Anfang gestorben. Du General. Denkst du wirklich... Das, das wolltest du? Also, nee. Ich wollte die Nobaten angreifen, aber du hast es echt provoziert. Du hast es mal wieder provoziert. Ich sage, ich möchte hier ein bisschen in Afrika plündern und Westrum angreifen. Du greifst mich an. Jetzt kannst du mir bitte erklären, in welcher Weise das für dich gut war. Aber ist es schon okay. Ich meine, du hast deine Lektion... Ja, das ist ja nicht so, als hätte ich dir nicht ordentlich aus dem Maul dafür gegeben, dass du auf die Frechheit kamst, mich anzugreifen. Aber mein General war einfach zu stark. Der Charakter, den ich gerne adoptieren würde. Er war zu stark. Vielleicht kriegt ihr die noch? Ich liebe diese Plünderer der Wüste einfach nur. Oh, diese Killanzahlen. Oh. Das ist so gut. Na komm, weiter rein. Weiter rein, los. Mischt sie auf. Vorschlag. Ihr rennt durch, das schafft ihr. Ihr dreht euch um und schießt da mal rein. Ähm, Bogenschützen. Viel Spaß. Wie groß sind die Trops hier noch? Nicht erwähnenswert, okay. Ah, die dürfen nicht hinkommen, los. Okay, viel Spaß. Boah, die sind alle erschöpft mittlerweile. Aber es ist okay. Es ist okay. Die Schlacht ist vorbei. Feuer frei. Lasst keine dieser Abschaumrömer entkommen. Neue Salve vorbereiten. Und werfen. Boah, dieses Volk ist so cool. Haha. Da fallen sie. Okay, wir haben es gemacht. Oh ne, da oben kam ja Gefecht, Ben. Perfekt. Oh ja. Ihr bösen Römer. Ihr wisst nicht, wie man kämpft. Denn meine Flankeneinheiten sind zu stark für euch. Selbst meine Speerträger haben euch abgeschlachtet. Aber ihr hättet euren General besser beschützen sollen. Der war direkt weg. Und das heißt Moral im Arsch. Moral im Arsch. Denn wer seinen Jern nicht beschützt, kriegt Probleme. Perfekt. Oh, ich habe Rebellionsmedizin verloren. Was soll ich tun? Die Römer haben gewonnen. Die Römer haben eindeutig diese Schlacht gewonnen. Oh, 400 Gefangene. Krieger übernehmen. Böses Geld. Nein. Wer nicht lernen will, muss fühlen. Das war's mit euren Männern. Leider gibt es ja Versklaven nicht. Oder war das nur, während man in einer Horde war? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ob das nur so war, während man in einer Horde ist. Aber das und noch vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge. Denn ich würde sagen, der Part ist auch eigentlich schon wieder zu Ende. Wir haben schöne Schlachten gesehen. Wir haben die Römer in die Flucht geschlagen. Ich hoffe eigentlich, der Part hat euch wie immer gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Okay, Leute. Der Part ist doch nicht vorbei. Ich lasse es hier einfach mal ein bisschen weiterlaufen. Denn wir treten Afrika beim Krieg bei. Ja, komm. Lassen wir es noch einmal durchlaufen hier. Okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Na, jetzt gehe ich schon weg hier. Ciao.